. 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 Der Wand zu tut jetzt wie wahnsinnig, gell? Da hinten ist noch ein wenig flach. Das ist noch ein wenig flach, aber es ist noch ein wenig flach. Das ist eine große Herausforderung. Nur unterwegs, beim Brummeln nach. Wie innen du? Ich muss mir vorstellen, du hättest keinen Flug machen können. Aber dann auf dem Bass... Das ist ein Flugzeug. Ja, nächstes Mal mit dem Gummi. Spicken. Das ist weniger Risiko. Das ist weniger Risiko.